Hallo ihr Löwen, zu einer neuen Freunde von Kirche auf Persia und wir haben leider schon zwei Leben verloren und ich rede und rede und rede, rede, ähm, ja. Ähm, in, heute spielen noch, lassen wir mich mal schauen, Belgien und Italien spielen heute noch. Ja, ähm, das Video wird erst wahrscheinlich morgen hochkommen und nicht heute, ähm, ja. Weil, äh, ich kann erst dann von Distanz, oder? Ja, oder vor, vor, vor Distanz. Oder, ja, ihr weiß, was ich meine. Einfach an den, ähm, 13., ähm, 16., 12., 16. Ähm, was vielleicht, manche, vielleicht, auf der Fallen sein könnte. Am Freitag war es so, da war kurz mein Kanal gelöscht, ja. Mein Kanal war auch, auch gesehen gelöscht. Ja, mit meiner, ähm, Wiederherstellung hat alles wieder geklappt. Alles ist wieder da, wo es war. Und, ja, kein Video ist abhandeln gekommen. Ähm, da habe ich auch gesehen auch den Alllöschen-Button gedrückt. Ähm, das war auch sehr toll. Weil ich mich da erst mal, da gerade erst mal eine Zeit lang nicht anmelden konnte. Und ich denn hier, ne? Was ist denn da los? Und dann, habe ich eine E-Mail, zu meiner Sicherung, E-Mail bekommen. Ähm, dass der, ja, das Konto auch, ja, gelöscht wurde. Und ich denk mir, oh, dann geht das Passwort auch nicht. Und ich, prompt, ne, ja, hab alles wieder freigeschaltet. Ich war dann auch wirklich, hm, 50 Stunden, sag ich nicht mal, äh, war mein Konto nicht da. Ich hab dann auch selber in die Suche, ich hab mich dann erst mal in einer anderen E-Mail-Account angemeldet, angemietet, ne, angemeldet. Und, ja, und, ja, hab eigentlich alles wieder hergestellt. Konnte alles wieder herstellen. Ähm, ja, das war einfach nur prima. Ich dachte schon, diese 210 Videos werden nie gelöscht. Und, ja, echt sind schon sehr viele Videos. Und, ja. Und, ja. Ähm, ich hab jetzt auch mal wieder meinen anderen Account, auch unter meinem Namen Benjamin Matz. Ähm, da bin ich nicht auch dann wieder so, ja, hm, werd ich eher wenig on sein. Dann, eher auf diesen Account. Der andere Account ist eher für, ja, Städte oder, ja, Städte und sowas. Und, ja, ähm, ja, wann wird der, ähm, ja, ich hab einfach bis Sommer auch schon noch sehr, sehr viel zu planen. Auch zu machen, weil, ähm, ja, ich weiß manchmal gar nicht, wann ich die Zeit haben tue. Auch wenn ich nicht unterwegs bin, ähm, werde ich dann auch irgendwelche Videos einfach schneiden. Und, ich hab die App PowerDirector. Ich hab's keine halt. Entschladte? Ähm, ich hab's keine Ahnung.